Alaph Alaph Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wohl fühlen Sie sich gerade? 7 Wie lautet Ihr Motto? Saufen bis zum Umkippen Und in Gebärdensprache? Hände schütteln oder umarmen? Hände schütteln Benutzen Sie auch Handcreme? Nein Welches Kanuaskostüm geht in Udler gar nicht? Das vom KV Kastelreuland Gegen einen fetten Kater hilft? Trinken Mit welcher Hand halten Sie Ihr Zepter bei einem Auftritt? Mit rechts Und was machen Sie in der Zeit mit der linken Hand? Wir trinken Ihr Gesicht, wenn in der Öffentlichkeit Ihre Strumpfhose reißt Gibt es eigentlich irgendetwas, nach dem Sie süchtig sind? Motorrad fahren Mal ehrlich, was wird man in 100 Jahren noch über Sie sagen? Der Prinz ist am ruhigsten wach Bei welchem Karnevalssong drehen Sie richtig auf? Stornup und Tanz Können Sie mal anstimmen? Nein, ich kann nicht singen Was können Sie besser als die anderen Prinzen der DG? Keine Ahnung Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen? Die strahlende Sonnenscheine auf dem Rosenmontagszug Zum Abschluss, wie beendet man deine Session am besten? Die Kerste ausblasen bei Wilma Vielen Dank Bitteschön